Ey ihr lieben Leute, ich hab doch tatsächlich gerade das allerbeste verpasst. Das aller allerbeste. Da war der ganze Himmel hier vorne. Das war alles, falls ihr meine Hand so ein bisschen seht. Das war alles voll. Und ich meinte, warum musst du immer in den wichtigsten Moment in die Kamera rausgehen? Warum musst du euch immer hier nur so ein bisschen zeigen? Ihr verstehst mich. Na ja. Aber sonst was immer. Ja. 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 Ja.